Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Left 4 Dead. Wir hängen wieder Arme aus der Tür, seht ihr das? Ja, das war von der letzten Session noch, ja. Kann ich mich da irgendwie kratzen lassen hier so, wenn ich mich da hinstelle? Warte mal, geht das? Wo willst du dich denn kratzen lassen? Die letzte Session war ja viel kürzer als wir gedacht haben. Wir dachten wir wären ja schon längst bei 15 Minuten, aber dem war ja gar nicht so. Und deswegen machen wir heute auf jeden Fall wieder was länger, auch wenn wir dann einen Spot durchzocken. Und vielleicht probieren wir da mal zwei zu schaffen. Ja, das kriegen wir hin. Als Entschädigung. Das glaube ich noch nicht. Sollen wir mal hier... Ja, ich dachte ihr kommt mit einfach mal. Ich muss ja nicht immer... Wir wissen doch nicht wo du langläufst. Ja, aber ihr seht doch wo ich langlaufe, oder? Aber wir achten ja nicht immer drauf. Ihr könnt ja einfach meinem Arsch folgen. Wir brauchen Kommandos, Rumpel, wir brauchen Kommandos. Ach komm, braucht ihr gar nicht. Sergeant, wir brauchen Kommandos. Was, die Witch? Witch! Witch! Oh, und wir haben noch keine... Hey, da ist noch einer. Sollen wir versuchen daran vorbei zu gehen? Warum? Das macht doch nur halb so viel Spaß, oder? Ah, dann schießt du sie an, bitte. Ne, ich hab da keine Lust drauf. Da unten gibt's Munition. Die klingt immer so traurig. Wo ist die denn? Oh, die Zoe hat irgendeinen Smoker. Wo ist die? Alter! Vorsicht! Ich hör einen Jockey. Jockey. Aber wo ist Zoe? Ah, da. Die steht genau neben uns. Ja, die gute. Oh oh! Da ist er, der Kleine. Kommt der hoch? Da ist er, der Kleine. Da ist ein Jockey oder irgendwas. Kann das sein? Ey, lass mal ausmachen, wo die Witch ist. Vielleicht können wir die von hier oben abknallen. Ja, ich hab sie auch noch nicht gefunden. Ich hab auf jeden Fall eine Gasbuddel gefunden. Ist schon mal was ordentliches. Oh, da kommen welche hochgeklettert. Aber die Witch ist das nicht. Die Witch könnte auch hier hinten in dem Gang noch hängen. Die Witch ist zu bezaubernd dafür. Irgendwie ist noch der Jockey noch unterwegs. Oder wie? Oh, oh, oh! Mann! Immer diese Jockeys. Komm, ich geh jetzt mal runter. Ich? Wieso? Ja, weil das da steht. Könnt ihr mir mal den Rücken frei halten? Ich geh mal runter und guck mal. Aua! Aua! Pass doch auf! Hey! Alter! Guck mal, der Rumpel. Wir sollten übrigens dem Rumpel den Rücken frei halten. Zur Information. Wie? Von den Haaren? Von den ganzen Haaren oder was? Oh, oh! Wartet mal gerade. Gibt's Munition und ne Pie-Bomb? Und bessere Waffen vielleicht. Ich hab aber noch so ne... Ich hab aber noch so ne Bio-Headers-Bomb. Da vorne sitzt die Witch, ne. Ist das die Witch da hinten? Ja, ja, ja. Das ist die. Wollen wir nach oben und die von da aus killen? Darf ich mal kurz was fragen? Ja? Wir können uns alle die Sniper nehmen und die da mit weg machen. Darf ich mal kurz was fragen? Was passiert, wenn ich dieses Bio-Hazard-Zeug auf die Witch werfe? Greifen die dann die Witch an? Ja, die Witch ist einfach zu schnell. Da kommen die Zombies auch gar nicht hin. Außerdem gibt's zu wenig Zombies hier. Oh, da ist ein Boomer da hinten. Nicht mehr. Oh, oh. Der hat aber Freunde mitgebracht, der Boomer. Vorsicht! Nicht die Witch anschießen, ja? Bitte. Ich probier jetzt mal was aus. Ne, lass ich's lieber sein. Drauf da! Boah! Alter! Schön gemacht! So, ich könnte mal, wenn ihr wollt, die Gas-Buddel zur Witch werfen. Was hat die davon? Wo ist die Tante? Warte mal. Die sitzt doch da vorne. Willst du mit der Sniper weghauen? Ne, ich wollte hier mit der Gas-Buddel drauf. Ach, du und deine Gas-Buddel? Na, das war ein bisschen zu weit weg, befürchtet. Da ist, kommt ein Hunter. Gas-Buddel. Ähm. Oh, jemand hat die angeschossen. Jetzt hab ich natürlich die Witch getroffen. Hallo. Hallo Witch. Mach die doch mal platt, bitte. Genau. Alter. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So viel Planung und dann, äh, nichts. Na gut. Dann, äh, sollte das nicht so gewesen sein. Ach, so Wumpe. Irgendwas schreit hier noch und ich glaube gleich spuckt irgendwas. Kann das sein? Hat schon, hat schon. Ah, okay, super. Warte, Saraza verarzt sie sich gerade, Herr Rumpel, bitte warten. Einer muss doch den Katastrophenhain spielen hier. Hinter uns ist noch der, der, ihr könnt mal hinten die, den Spitter wegschießen. Dankeschön. Alter, die Zoe, ich weiß nicht wie der das macht, die trifft mit jeder Kugel ins Auge. Das nennt man KI. Aber echt. Aber echt. Oder Skill. Je nachdem. Oh, oh. Ah, haha, haha, meine Lieblingswaffe. Ich glaube die Jungs sind unsympathisch. Ich, ich rette einmal hier hoch. Ich rette mich mal hier hoch kurz. Hallo. Hey, sollen wir nicht gerade mal erst ein Sandwich essen oder so? Ein Sandwich? Hast du denn welche dabei? Alter, willst du mich wieder schräg anmachen oder was? Ne, ich hab aber Krusti dabei. Haha. So, wir müssen mal dort rüber gehen, wo Saraza ist, bitte. Hallo. Ja. Okay. Ich hab bitte gesagt. Ja, ja, ja. Können wir mal hier. Behandle mich nicht so schlecht, ja. So, es geht los. Vorsicht. Gleich kommen die Zombies. Der Wumpel ist ein Gameplay-Nazi. Die Horde. Der Wumpel ist ein Gameplay-Nazi. Ich bin gar kein Nazi. Ein Gameplay-Nazi. Wer sagt denn sowas? Der Saraza vielleicht. Boah, was ist denn mit dem passiert? Alter, der ist ja voll weggeflattert. Einfach mal rein. Schön mit dem Zeugs hier. Das ist schön. Das ist fein. Heute gibt's Salat. Was wir getan haben. So ein Tag. So ein Tag. Die Brücke ist runter. So ein Tag. So wunderschön wie heute. Wie heute. So ein Tag. Der sollte nie vorgehen. So habt ihr's dann. Nehmt euch nochmal hier Waffen. Dann habt ihr neue Munition wieder. Moment, hier ist unten ist doch noch ein Kandidat. Ach, da kommen mehr. Oh, da kommen noch ganz viele. Da kommt noch freundlicher Besuch da hinten. Die mögen den zarten Rumpel sehr gerne leiden. Achtung, Rumpel, hinter dir. Dankeschön. Meine Kratze. Ach, das ist der Rumpel. Alter. Einfach mal rein in die Suppe, oder? Einfach mal querbeet. Hallo. So. Was ist das hier für ein Geballer, ey? Alter. Alter Schwede. Oh, da ist ein Hunter. Boah. Oh, da ist doch einer von den komischen. Genau. Und noch ein Jockey. Ah, shit. Ausgrenet jetzt. Okay. Ich wusste es. Rumpel, wo bist du? Zoe, hier. Ich werde... Ich musste gerade anladen. Dankeschön, Zoe. Nein. Wollte dich nicht richtig retten. Ja, ist egal. Die Zoe hat's gemacht. Ich nehme nochmal die M16 gerade mit. Frische die nochmal auf. So. Tabletten. Immerhin. Tabletten habe ich ja auch noch. Die nehme ich mal auch. Oh, ich muss mal wieder hier Licht anmachen. Und ich nehme die Magnum mit. Die liegt hier zufällig. Oh, eine Magnum hätte ich auch gerne. Nimm mal mit. Ach, naja. Ich behalte die M16. So. Nehme aber nur eine weiße Magnum. Keine Magnum. Den Witz hatten wir doch schon mal. Ja, war ein bisschen modifiziert. Oh, hallo. Sie auch hier in der Metzgerei. Das ist dein Lieblingsplatz hier. Da hinten ist irgendein... Ein außerordentlich freundlicher. Was ist ein außerordentlich freundlicher? Was? Kollege, Kollege. Metzger. Metzgergehilfe. Mensch. Oh. Oh, oh, oh. Ich höre da schon wieder. Leise rieselt der Schnee. Ein Smoker. La, 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 la. Rumpel, warum steckst du dich da an? Ach, das ist der Rumpel. Alter. So schlimm sehe ich doch gar nicht aus. Ja, da kommt eine Stankswolke da raus. Oh, oh, da oben ist was. Da war was. Bitte. Geht ganz gut heute irgendwie, ne? Ja. Heute geht's locker flockig von der Hose, ne? Aus der, aus der Hüfte. Ich gehe mal nach oben. Hi, Vorsicht, da ist ein Hunter. Oder so ein Jockey. Und der ist weg. Ihr könnt nach oben kommen. Oh, danke. Ich hatte gerade kurz Angst. Hey, was wollt ihr denn? Immer diese Fans. Geh mal ruhig, Alter. Michael Jackson da hinten. Was? Thriller. Hier ist nochmal so ein Adrenalin wenn ihr haben wollt. Ah ne, das ist doch Billie Jean. Was du gerade wieder machst hier. Ich gehe ja von Thriller. Ich muss sagen, Thriller war eins der besten Zombie-Videos überhaupt. Oh, das ist ein netter Charme. Wooaaah. Zoe wieder, Alter. Alter, wie kann die Zoe die immer erwischen, wenn ich die, wenn ich die mit einem 16 platt mache? Verstehe ich nicht. Also hier mit der Gasbuddel auf euch zu gehen. Äh, Rumpel? Will ich ja nicht. Nimm mal ein Healpack, bitte. Nee, ich habe noch gerade Pillen genommen. Obwohl, jetzt sollte ich tatsächlich das Healpack nehmen, weil jetzt könnte der, der, der Tank kommen. Der, 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 der? Der Tank. Der, 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 der was? Der Tank. Irgendwas ungemütliches. Smoker. Uiuiui. So, habt ihr noch Muni? Wir, wir, ich glaube, nämlich, wir treffen jetzt hier auf den Schenken. Leute, ich glaube, wir haben hier dicke Probleme. Ja? Ich glaube, wir haben hier elementare Probleme hier draußen. Johohoho. Was hat er denn? Heyhoho. Komm mal wieder rein, diese. Das Geratz hat elementare Probleme. Und eine Buddel voll rum. Oh, da ist schon wieder so ein... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ach, Mensch. Ach, danke, Soji. So, können wir jetzt mal weitergehen. Bin dieser Jockey auch im Guinness Buch der Rekorde? Der Jockey, ja. Ah, hat er nicht gecheckt. Nee. Alter, wer schießt da schon wieder auf mich? Ich doch nicht. Der ist ein bisschen weiter hinten gedacht, weißt du? Und noch ein Smoker. Alter. Ein guter Schuss, Sarazza. Vielen Dank, Alter. Um mir eine Ehre. Lade nach. Hey, nach vorne. Ich habe keine Muni mehr, Leute. Da war es wieder. Da oben sind wir sicher. Tu mal ein paar Krümel rüber hier. Lade nach. Wenn jetzt der Tank kommt. Da kommt was, von hinten. Da kommt der Tank, Vorsicht. Das ist super, denn ich habe keine Muni mehr. Der ist im Safe Room, der Tank. Den zünde ich doch mal an hier im Safe Room. Der kommt da nicht raus. Wie geil ist das denn? Gut, ich habe den Charger getötet. Das war ein Charger. Ach, dammit. Ja, das war total clever. Jetzt kommen wir hier nie mehr rein. Doch, wir kommen da locker rein. Oh, oh. So. Incoming. Vorsicht, Vorsicht. Achso. Ach, du Scheiße. Oh, Sui ist ein da. Ich gehe mal gerade in den Sicherheitsraum. Nee, ich bin das, der vollgewichtstes. Ja, ich auch. Ich auch. Hast du tatsächlich vollgewichtstes gesagt? Nein, das hätte er nie gesagt. Yeah. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben es mal wieder geschafft. Mal wieder geschafft. Hey, jetzt kommt gut. Schön, ey. Ich hiele mich mal eben. Ach, Franz ist noch eidel. Also hier, der Rumpel ist noch eidel. Ja. Ein Moment. Eidel ist der? Der eidle Fatzke. Der eidle Fatzke. Ein Zug gefahren oder was war hier los? Oder komm, gehen wir jetzt einfach bei der anderen Seite raus. Wahrscheinlich nur raus, ne? Wahrscheinlich ja. Oh, irgendwer klopft hier an die Tür, habe ich das Gefühl. Guck mal durch die Scheibe. Alter, hier tritt doch wer gegen den Wagen oder so. Kann doch nicht sein. Das ist Ruhestörung. Ich rufe die Cops. Huah. Kommt da einfach angelaufen. Wo ist denn der? Ach, guck mal, mach mal die Tür mal auf. Komm, den begrüßen wir hier. Man soll die Leute immer mit einem Kaffee und einem Kuchen locken. Aber der Rumpel, ist der Rumpel fertig? Also bereit? Ich bin fix und fertig mit euch. Fertig ist der immer. Abgesehen. Alles gut. Sag, ich nehme mal ein bisschen Munitionet. Munitionet aufladen vielleicht nochmal. Munitionet. Vorsicht, Pedo aus dem Gebüsch. Munitiones könnte ich tatsächlich nochmal aufladen. Oh, Rumpel. Ja, ja. Du hattest da einen Freund, der wollte nicht mehr von deiner Seite weichen. Ach, deshalb hast du mir einen Rücken geschossen. Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein guter Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ein Joint. Lala, 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 lala. Zack, zack, zack. Müssen wir nicht in den Wachturm. Ey. Du hast aber nette Freunde. Ja. Ach, wir können... Oh, da hinten ist irgendwas Ungemütliches. Ich sehe das aus der Ferne. La, la, laden nach. La, 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 laden nach. La, la, laden nach. La, la, laden nach. Schlaf gemacht. Willkommen zur... Hier ist ein Smoker. Das haben wir hier noch hinter dem Waggon. Und ne Witch. Ey. Witch. Das finde ich nicht witschig. Der hat mich angekotzt, irgendwo ist ein... Oh, scheiße, ich bin angekotzt. Oh, 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 Backe, oh, 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 oh. Hat jemand ne Pipe? Wie wärst du ne Pipe? Ja, ich werfe. Dankeschön. Ich könnte Hilfe gebrauchen, ich bin nämlich lang angekotzt. Warte, 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 warte. Bam! Deshalb hat er ja die Pipe geworfen. Alter, was ist denn da passiert? Du würdest angekotzt. Der widerlich. Aber ich glaube, der... Boah, ich witsch übrigens Taschenlampe aus. Der Boomer ist immer noch unterwegs, ne? Rumpel, Lampe aus. Ja, ich hab... Vorsicht! Solange nicht auf sie drauf leuchtet, ist alles gut. Da oben, der, der... Dankeschön, Zoe hat das mal wieder weggemacht. Wir müssen... Ui, ey, die ist mir echt ne Rätsel. Wir müssen hier lang. Sollen wir mal alle auf die drauf gehen, auf Kommando? Auf die Witsch? Ja, also von der, von der Ferne, hier, von, von hier ungefähr. Und dann ballern wir alle mal drauf, auf den Kopf. Wo ist denn die? Da. Ach, da hinten sitzt die, ne? Ja. Ach da, boah, ich bin da einfach so vorbeimarschiert. Vorsicht, 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 ich smoker irgendwo. Oh, oh. Oh, oh. Ja, der ist weg. Oh, die Zoe. Die Zoe ist einfach nicht zu gut. So. Sollen wir mal? Ich wollte mal 10 runter. Okay. Von 10. Wo gewinnt jemand? 10. 9. 8. 8. 7. Auf zu heulen, Alter. Macht doch mal was dagegen. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, Alter, das geht gut. Achtung, Achtung, Achtung. Da hatte ich ja so ein bisschen Pipi in der Hose grad, als die so auf mich zustimmte. Die Zoe ist voll die Killklauerin übrigens. Ist euch das aufgefallen? Killstil, Killstil. Ja, echt. Wahrscheinlich spielt ihr auch LOL heimlich. Wie Troffelmao. Boah, wie der hier grad dir das Bein weggeplatzt ist. Widerlich. So, die Rohrbombe klau ich mir wieder. Mach das mal, ich hab immer noch diese Säure. Kotze ist das doch, mein Freund. Ja, die hatte ich auch schon mal ein Gesicht. Da behalte ich lieber... Oh, hier ist eine Toilette, wenn jemand mal muss. Äh, hier ist irgendwas am Grön. Ja, du stehst wieder sehr gut. HANTA! Morgens HANTA, Abendstand da. Boah, jetzt kann ich mich erinnern, das war krass hier im Zug, oder? Ja, das kann krass werden. Oh, Vorsicht, Vorsicht! Aber, also... Oh, irgendwer boxt mich hier von hinten. Ach, da! Vorsicht! Oh, oh. Da ist ein Jockey auf mir. Alter! So, komm, wir müssen mal weiter hier. Warum sind wir nicht safe, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Weil wir grad alle die gleichen Probleme haben, fürchte ich. Komm weiter, komm weiter. Nicht da stehen bleiben. Boah! Was? Hilfe! Zurück, zurück, zurück. Das ist nämlich genau, ne? Teamplay! Wir kommen dich retten, Gregor! Ach! Ja! Sterb, ja, Bestien! Boah! Boah! Oh! Diese Drecksviecher! Ah! Dankeschön, Zoe! Ein Zombie am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen! Ey, Jungs! Ja? Ich lade mal nach! Ach! Ach so! Gratulation! Gut, Alter! Find ich nicht gut! Ich hau mir mal grad Adrenalin hinter die Binde. Bim! Los geht's! Das hat sich ja voll gelohnt, jetzt Adrenalin zu nehmen. Ich wollte es einfach mal probieren. Dein Moment kommt schon noch, Sarazar. Nur Geduld! Guten Pharmazeutiker! Ach, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich hab's jetzt so lange nicht gespielt, das Spiel. Und da kann man was ja mal ausprobieren. Ich hab übrigens kaum noch einen Muni fällt mir gerade auf. Ich bin gleich wieder out of order. Irgendwo ist hier noch ein Charger. Oh! Vorsicht! Komm jetzt runter hier! Rumpel, hast du Hunger oder war das ein Charger? Ne, das war ein Boomer. Verdauungsstörung! Das war ein Boomer. Aber ein Charger ist hier noch irgendwo unterwegs. Der Rumpel läuft schon wieder durch den Wald. Und ich hab wieder mal keine Muni mehr. Irgendwo ist der. Gab's da hinten irgendwo Munition? Da! So! Zoe killt alles! Ja, tatsächlich. Achtung! Linke Flanke! Da sind ein paar drollige Ollige. Drollige Ollige Zombies. So, ich bin out of Muni. Hier liegt eine Pistole rum. Du kannst hier Doppelpistole holen, wenn du magst. Oh ja, sehr gerne. Wo ist denn die? Hier! Direkt wo ich stehe. Ich kann die auch gebrauchen. Ach da! Oh, Entschuldigung! Ne, nimm die gut. Ist okay. Ich fighte so weiter. So, Jockey, Jockey, Jockey. Irgendwo. Da! Sag mal, du musst doch nicht immer mit den Kuscheln rum. Boah, dann bleib doch mal stehen! Alter! Kann der ja nicht. Bleib doch mal stehen, sage. Ja, der Rumpel läuft dann von uns weg immer. Wenn er einen Jockey drauf hat. Weißt du, finde ich nicht gut. Das war ich mit Absicht. Oh, da gibt's Lebenspakete. Ne, doch nur Pillen. Oh, einen Molly. Einen Molly kann ich mitnehmen. Oder habt ihr... Hier ist ein Smoker. Smoker hinterm Auto. Dankeschön. Den hat Kronkh weggemacht. Sehr gerne. Hätte ich mal keinen Kehl drauf. Adrenalin. Hier ist noch Adrenalin. Ja, brauche ich nicht. Ich habe Pillen. Moment. Pillinger. Ich habe übrigens so eine Gasbuddel, ne? Uiuiui. Verwend die mal lieber gegen die Zombies. Ne, ich tue es nicht. Ich tue es nicht. Nein. Bist du beklopft? Nicht hier. Klotzenschuss! Wir sind hier nicht in Dead Island. Das ist alles ernst hier. Okay, pass mal auf. Wir müssen versuchen jetzt richtig professionell zu spielen. Oder zumindest so zu klingen. Okay, linke Flanker. Äh, 3-Mann-Einsatz. Wir müssen jetzt um 12 Uhr. Müssen wir dann noch da... Steuerbord! Ich habe die Gasbuddeln! Steuerbord! Okay, schmeiß rein! Schmeiß rein! Schmeiß rein! 17 Uhr! 17 Uhr! Ja, okay, super! Keinen getroffen. Egal. Doch, doch, doch. Einen habe ich weggehauen. Vorsicht. Der stinkt. Und ich bin getroffen. Vorsicht. Boah! Oh, oh! Und? Ein Charger. Der ist auch weg. Boah! Hat schon wieder Zombie weggemacht. Äh, Zoe weggemacht. Warte! Ich sehe nichts. Na, jetzt habe ich auch keine Munde mehr. Na, das hat er nichts gebracht. Doch. Hat ein bisschen was gebracht. Oh, Alter! Vorsicht! Ich schieße hinter euch! Alter, ich habe gerade so eine Styroporkanone hier. Die macht... Uah! Jockey! Oh, oh! Tank! Tank! Benzinkanister. Was? Nicht hier! Weg, 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 weg! Keiße! Ich brenne. Jetzt muss ich das Recht heilen. Nicht auf mich! Nicht auf mich! Aua! Aua, 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 aua! Aua, aua, aua! Keiße! Und wer hat jetzt eine Molly geworfen? Ja. Oh, Schweinepriester! Das war kein Molly. Da lagen ein Benzinkanister rum, die ich auch in die Richtung geworfen hatte. Ach, du hast mich angezündet? Nein. Das ist ja schön. Ich brenne immer noch. Ach, wie lustig liegt der denn hier. Guckt euch den mal an. Hallo! Seht mal hier! Meine Scheiße! Meine Scheiße! Ah, hier ist Moni. Moni ist gut! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Einmal M16 bitte! So, ein Defi, ich hab ein Defi dabei. Ach komm, die Zoe hat mich geheilt. Das ist ja nett. Alter Schwach. Bild dir darauf nix ein, Rumpel. Bild dir darauf nix ein. Doch, doch, doch. Die Zoe mag mich. Hat sie mir vorhin schon mal gesagt. Ich nehm die Pillen. Ich nehm die Pillen. Dass der Rumpel aber auch immer so schnell verliebt ist, ne? Ja. Man muss sich nur mal kurz heilen. In dieser Welt voller Hass. Vorsicht! Vorsicht! Ist unsere Liebe eine zarte Blüte. Unsere Liebe. Die keine Liebe ist. Obwohl, ist der Sgt. Rumpel mit der Zoe zusammen? Jetzt ist der der Gronkina fremdgegangen, die er noch auf der Dead Island kennengelernt hat. Ey, Gronkina gibt's nicht mehr. Gronkina ist auf Dead Island geblieben. Natürlich. Wie ist das passiert, Rumpel? Wie, wie, was war der Trennungsgrund? Der Trennungsgrund. Der hatte 65 Dollar und wurde plötzlich hochnägen. Genau. Sehr schön. Die ist mit dem Colonel durchgebrannt. Weil der so ein hübsches Gesicht hatte. Mit dem Colonel? Ja. Am Ende. Der Colonel ist doch von KFC. Die mochte die Muskeln seiner Lippe so sehr. Okay. Könnt ihr euch hier dran erinnern? Oh oh, be ready to fight the Horde. Könnt ihr euch hier dran erinnern? Ach, das wird lustig. Jetzt wird's wieder lustig. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Okay. Ich übernehme die Seite hier. Warte mal. Ich muss erst ein bisschen Klavier spielen. Okay, mach mal. Eine tolle Idee. Moment, Ruhe. Ähm, ähm, ich glaube wir kriegen hohen Besuch. Ach, Achtung, Achtung. Ich brauche Hilfe. Ich habe einen Schmoker. Danke. Bitte. Jetzt muss ich aber nochmal Klavier spielen. Okay, mach nochmal. Sei doch mal ruhig. Dann kann man auch Klavier hören. Ach so. Jetzt geht's los. Kämpf mal lieber Alter. Wir können nachher noch Klavier spielen. Ach, das ist doch gar nichts. Wir haben noch gar nicht ausgelöst. Wir müssen doch erstmal auslösen. Ach so. Ja, dann löst doch mal aus. Was für eine gute Gelegenheit. Nee, wir müssen erst ein bisschen vorbereiten eigentlich. Ey. Wo kommen die denn alle her? Oder wollt ihr wieder so a la Katastrophen Boys? Nee, lass uns mal vorbereiten. Ausnahmsweise mal nicht. Komm. Heute mal nicht. Okay. Heute mal vorbereiten. Also, normalerweise müssen wir jetzt hier mit dieser Tür reden und dann, ähm, kommen ganz viele Zombies und wir müssen halt die Eingänge verbarrikadieren. Und am besten ist das mit diesen Benzinkanistern. Denn die können wir dann anschießen. Ja, und ich hier gerade einen hingeplatziert habe schon. Genau. Ich hab hier auch mal einen platziert. Und, äh, irgendwie liegen die ja auch noch ein bisschen rum. Müssen wir mal gucken. Aua. Doch nicht mich. Aber im Schutzraum kriegen wir ja theoretisch auch noch ein Healthpack. Und wir kriegen theoretisch ja auch noch Munition dort, oder? Ja, aber der Schutzraum geht nicht auf. Denn da ist ein Wahnsinniger drin. Ah. Er hat mich gebissen. Ah. So. Der Gronkh. Der ist doch noch gar nicht da drin, ne? Du lügst. Das stimmt. Wie kann ich denn Klavier spielen, Rumpel? Einfach mit E. Ist natürlich ein Horrorklavier, ist ja klar. Boah, aber echt. Ist ja richtig schlecht. Oh, die kommen ja auch durch die Decke. Sag mal da oben. Genau. Die kommen jetzt überall her. Deshalb sollten wir eigentlich hier eher in diesem Bereich bleiben. In die Ecke, ne? Und wenn der Splitter kommt, müssen wir uns halt schnell bewegen. Ah, hier gibt's Munition, falls ihr noch braucht. Ja, ja, genau. Genau, genau, genau. Okay, dann lege ich mich jetzt hier auf die Lauer. Über uns ist übrigens, äh, sind's Special Infected. Äh, wat? Hörst du das nicht? Und hier die Schatten sieht man auch immer schön. Ach doch, ja, ja, hast du recht. Stell mich hinter den Gronkh und feuer über den drüber. Komm, mach mal die Tür auf. Witzig, kannst du nicht, kannst du nicht aufmachen. Ich stell mich mal aufs Klavier. Spitter ist tot. Okay. Möge der Tanz beginnen. Boomer, 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 Boomer. Da war grad ein Boomer. Boomer, Boomer. So, soll ich mal auslösen? Ja. Achso, das war's doch gar nicht, denke. Die ganze Zeit. Oh, die kommen ja alle auf mich drauf hier, oder? Aufs Klavier. Ruhe, Ruhe. Habts gehört. Ich entscheide hier, wer durch die Tür kommt. Dir gibt's nicht umsonst. Ich schieb dir gleich die Glocke in den Hintergrund. Jetzt kommen sie. Oh, oh. Oh, das war zu früh. Oh, das war ein bisschen überfrüht. Ne, da kommen sie grad alle rein. Ja, aber das sind alles Zombies. Sie müssen alle das Feuer. Das sind alles nur Zombies. Die kriegt man alle noch so weg. Und jetzt geht's erst richtig los hier. Yeah, Baby. Auf die Fresse. Aber so richtig. Oh, da ist ein Hunter hinter dir gewesen gerade. Oh. Was macht der denn da? Weil wollte ich mit dir ein bisschen Hunter spielen. Prinzessin, Hunter, Giroch. Okay, Rumpi. Oh, Alter. Hoppala. Hoppala. Jetzt hab ich getroffen. Die kriegen die mich von hier. Ach, Hunter. Hu. Das war Zoe schon wieder, ne? Ja, die alte Sau. Und jetzt aber drauf. Die, die alte Zoe. Dieses Arschloch von Priester leuchtet die Glocke. Da komm her. Da kommen weitere Gesellschaft her. Ja, das stimmt. Und das nicht zu knapp hier. Ich hätte eigentlich mal die Pause nutzen sollen, noch ein bisschen Muni zu holen. In der Pause mal nachladen, ne? Ne, Muni. Also, ich hab noch 170. Ne, das geht noch. Vorsicht, Charger. Was auch? Ja, sehr gut. Komm mal grad Muni. Komm mit. Ach, scheiße, 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 scheiße. Ach, scheiße, scheiße. Alles gut, alles gut. Hab schon, hab schon, hab schon. Danke dir. Der lebt noch, der lebt noch. Ja, der lebt noch. Das stimmt. Vorsicht, stelle ich nicht mehr deinen Gronkh. So, ich glaub, hier drinnen ist jetzt alles wieder gut. Wir können rein. Ach, dammit. Das ist was? Alter. Rein, 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 rein. Ich komm nicht rein. Komm rein, komm rein, komm rein. Hey, ich präge euch alle um ihr Bestien. Mach die Tür zu. Komm rein. Weg, weg, weg da, weg da. Okay. Zack. Yeah, alter. Was für ne Action. Mach da. Ja, das war ordentlich. Let's roll, baby. Alter, Zoe hat 160 umgebracht an die krasse Sau. Einfach mal doppelt. Zoe hat auch den Tank an meinen Schwierigkeiten. Aber so schlecht war die Runde gar nicht. Fand die easy. Ich bin zwar nicht so ganz toll abgeschnitten in dieser Runde, aber ich fand's eigentlich easy. Wir sind gut durchgekommen, ganz ehrlich. Und hat Spaß gemacht, ne? Und man kann dann sich so richtig vorstellen, wenn man in so einem Zombiefilm ist und so eine Knarre in der Hand hat. Jetzt mach ich euch alle zu schaschlik. So, ich würd sagen, wir verabschieden uns für heute, ne? Ja. Würde ich auch denken. Achso, ja. Stimmt ja. Wir machen Let's Plays, hab ich vergessen. Achso, ja. Wir machen Let's Plays und wir verabschieden uns für heute. Achso, hier oben ist übrigens Munni und so, ne? Wollte ich nochmal sagen. Und das war heute mal ne überlange Folge, so als kleines extra Gimmick. Genau. Und tschüss, oder was? Macht der Rumpel da unten eigentlich? Ja. Und Rumpel willst du auch nochmal tschüss sagen zufällig? Ja, tschüss hab ich doch grad gesagt. Tschüss Community, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und haut rein und einen schönen Abend. Tschüss. Adieu. Tschö. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.